Hey, was bist du denn? Danke für den Pulver. Das ist aber lieb. Ach, Burkino. Sag mal, du Süßer. Mein Gott, da gibt ihr uns einfach die Krabbe noch oben drauf. Das ist noch ein richtiger Gentleman. Das ist noch so ein richtiger. Who is that Pokemon? It's no way for you. Müsst du mal ein Korea-Projekt starten? Ist geplant, ja? Für nach Covid. Nach Covid gibt es ein Korea-Projekt, Leute. Warum ist Silas mit Alistair-Ul so gut? Weil du unsterblich bist, praktisch. Du hast die Damage-Reduction und du hast deinen Weh, um dich die ganze Zeit zu heilen. Das heißt, du bist praktisch wie ein Alistair. Und du weißt ja, wie Tanky ein Alistair ist, wenn er Ulti hat. Du bist auf absoluten Steroiden, weil du dich die ganze Zeit full life heilen kannst mit deinem Weh. Das ist richtig, richtig sick. Das ist richtig, richtig sick. Wie weit glaubst du, kannst du in Korea kommen? Ich hoffe auf Master, aber ich kann es nicht versprechen. Ich will es dann einfach rausfinden, wisst ihr? Das ist auch eine Chance, die ich vielleicht mit Aldi bekomme. Wäre klasse, wenn das noch gehen würde. Aber so wie es aussieht, ich meine, wann werde ich geimpft? Wahrscheinlich erst irgendwann 2022, Ende 2021. Und davor, schwierig, ne? Korea, Leute, es geht nicht jetzt direkt nach Korea. Die Standards in Korea so krass viel höher. Soll angeblich so sein, ja. Also es soll angeblich so sein, dass du wesentlich schwierigere Games zu erwarten hast in Korea. Ilaue gegen Zillers. Hm, das hört sich sehr schlecht an. Wir machen's. Ich glaube, die Ilaue-Ulti funktioniert gar nicht mit Zillers, oder? Würdest du deine Kinder auf eine E-Sport-Schule schicken, wenn es sowas in Zukunft vermehrt gibt? Auf gar keinen Fall. Ich glaube, mein Kind darf überhaupt nicht auf vorn PC. Das kriegt kein PC. Das darf nur draußen spielen und so einen Scheiß. Wenn ich jemals... Oh, hell no. Hans-Jürgen, ne? Kein PC für dich. Der wird noch lernen, mit Stöcken Feuer zu machen und so einen Kram, der Kollege. So geht's nämlich nicht. Nicht, dass er da sein Leben wegschmeißt hier am PC. Da wird nix draus, Junge. Der kommt direkt zu den Pfadfindern, ja. Ganz genau. Na, Butchino, hast du Angst, ha? Was wirst du tun, wenn die Ilaue dich gleich slappt, Kollege? Wir müssen halt so weiter ahead kommen, dass die uns nicht ganken können, ne? Ah, gute Wahl. Komm her. Wow. Hat er nicht gemacht, oder? Den Flash-Prediktor. Der ist jetzt sehr, sehr bitter. War so schön in der Head-Mitte. Ich glaube, die werden mich ja direkt nochmal ganken, oder? Warum auch nicht? Das ist so bitterer Tod für mich. Am besten hat er nicht den Kill gekriegt, Digga's. Er hat auch TP noch, ne? Scheiße. Michtig, dass er den TP noch nicht kriegt. Er hat bestimmt danach geguckt, ne? Einer muss resetten hier. Es ist ziemlich wichtig, dass man die Geister lastetet. Ja, das gibt 25 Gold. Also wir haben jetzt gerade schon 100 Gold. Also ein Drittel von einem Kill einfach bekommen, weil wir die Dings da immer gelastet haben. Ja, da sind wieder 25 Gold am Start. Ja, so weit, so gut. Doppelte CS am Stissel hier. Unser Tentakel zum Tanzen bringen. Das wissen die wenigsten Ilaue-Meister, wissen, wie man die Tentakel zum Tanzen bringt. Ilaue als Zillas-Counter? Ne, Ilaue einfach, weil ich... Leute, das ist, wie gesagt, das ist unser Spaß-Account, Digga. Wir testen einfach ein paar Champions, die wir sonst nicht spielen können, weil sie einfach nicht so gut sind bisher. Und die Laue ist ein cooler Champion, ein sehr, sehr cooler Champion. Aber es sieht halt einfach nicht so gut. Aber er kann tatsächlich, kann er überhaupt nichts machen gegen uns, ne? Krass, dass er das überlebt hat, ne? Ah, Divine Syndrome mit hier. Jetzt als nächstes würde ich sagen, gehen wir Sterex hier, ne? Ich kann mir vorstellen, dass der Kasis jetzt mal wieder für uns guckt hier im Mitte. Weil eigentlich sind wir schon ziemlich free zu killen. Lass hier kurz die Platte. Krass, dass die Jungle-Diff hier so hoch ist irgendwie. Ist echt ärgerlich. Wir könnten so smacken sonst. Was? Und dann gehen wir als nächstes hierfür. Rotenreiche. Ich hätte nicht, dass die mich killen können, ehrlich gesagt. Entschuldigung. Könnt ihr vielleicht carryen, wenn sie mich lassen? Das ist crazy. Wir sind hier in einem Halo-Game, ne? Master Grandmaster Game. Und wir sind der Einzige, der carryt auf F*** Ilawi, bitte. Actually, ich bin so strong, dass ich vielleicht carryen kann. Wenn ich jetzt noch Sterex kriege? Ich habe gerade dicke Shutter-Uns gekriegt, doch. Ich nehme mal kurz zurück hier, ja? Es ist halt die Frage, wie wir in die Fights reinkommen. Das ist die wichtige Frage. Schauen. Wäre schön, wenn jetzt die Serapin hier sterben würde an einem Slap oder so. Aber leider nicht. Können wir schnell hier nach oben gehen? Hey, was bist du denn? Danke für den Pulver. Das ist aber lieb. Ach, Burkino. Sag mal. Du Süßer. Mein Gott, da gibt ihr uns einfach die Krabbe noch oben drauf. Da hat es noch ein richtiger Gentleman. Na, da hat es noch so ein richtiger. Die sterben aus. Na, ich sage wirklich, die sterben aus, die Gentleman. Aber da ist wenigstens noch mal einer. Theoretisch, wenn der K kommt, wenn wir es E treffen, gewinnen wir, glaube ich, trotzdem. Unsichtbarkeit ist echt fies. Ja, Baby, es ist zu laue. Es ist zu laue, Boys. Man kann es probieren. Man kann es probieren, gegen laue zu kämpfen. Aber der Pick ist einer der zu stark Charakter in der Meta. Das ist einer von diesen Meta-Breakern, den viele einfach nicht spielen wollen, weil sie zu stark ist. Weil sie zu stark ist. Weil sie zu viel Power hat. Und weil halt man einfach auch einen gewissen Ehrenkodex hat. Aber auf meinem Kanal wird Ilaue noch abused. Wir müssen jetzt einfach full Tank gehen, by the way. Also wir werden für Thornmail gehen. Wir werden für Spirit Vistage gehen. Danach können wir uns vielleicht Black Cleaver oder Diffdance überlegen, was meint der. Bringt Thornmail überhaupt was? Thornmail bringt immer was, ja. Hidden Redaktion ist immer gut. Und der Rest wird ja jetzt auch rund, oder was? Die sollten Nash gehen, wenn die mit fünf Leuten runterkommen, by the way. Und nicht irgendwas anderes machen. Okay. Was ist der Salon not? Was ist das shit? You are now in my domain. Ich bin halt relativ low gerade, nämlich dann, ne? Es ist so crazy, wie die einfach nichts gegen mich machen können, ne? Ich spaff die komplett weg. Ich spaff die Wittler in Ilaue. Oh, will you phone, ja? You got that Wittler in Ilaue hier am Start. So, gehen wir mal kurz weg der Base hier als nächstes. Ich könnte Reven... Was ist mit Revenous Heidor hier als nächstes? Maybe. 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 Hm. Das Divine Sandra-Item fühlt sich auch relativ gut an. Hat mich auch schon von fast 3000 Leben geheilt, ne? Das ist auch crazy. Ich will nicht mehr sehen. damit, weil ich glaube, ich befürchte sie... Alter, wie schnell machen die den denn bitte? Krass, wie schnell der den machen kann. Nice. Ich glaube, die sterben alle, echt. Schön von denen dann. Das ist okay, ihr müsst aber hier oben bleiben, eigentlich. Meistens haben wir sie alle gekillt, aber das war nicht gut für uns. Der Udi hat trollt ganz schön, ja. Der ist eigentlich sehr, sehr stark, aber der overextendet immer so rein. Wenn der nicht overextenden würde, dann sehen, das geben so viel leichter aus. Wie funktioniert denn Schirill des Crutch eigentlich mit Ilaue, wenn ich fragen darf? Würde ich die dann permanent slown, wenn ich sie mit dem E-Treffen? Schon. Können wir nicht? Ein sehr langsamer Nash, aber wir können schon. Okay, wir haben die 1-3-3-7-Stats. Oh, wir sind überflogen, ne? Bitte renn, bitte renn. Bitte lebe. Oh, ist es? Schön von denen denn. Also, er kann sterben sogar, aber er muss slowly sterben, wenn er stirbt. Oder? Ich glaube, ein bisschen verrückt. Ich bin eh. Mer Odd. Oh, gut. Hallo, gut. Ich verstehe, ich kann es nicht glauben, dass er da verliert. No, wie viel muss ich euch geben, Team? Wie viel? Wie viel kann dieser kleine Ilaui-Spieler tun? GG-Weltplayer. Die ist 26, die 3,26 Botlane. Was kann diese Ilaui tun? Der Djinn hat echt insane gespielt. Keine Ahnung, wer das ist, aber richtig gut gespielt. Du nimmst deine Hand und schlägst dir auf den Tisch? Nee, das machen wir nicht hier, Leute. Wen on aber hier? Keine wahrscheinlich, oder? Mann, wir werden komplett verkauft! Ihr verliert jedes Game! 6ix9ine. Ja. Ja.